Tine Schuster fragt, ob wir mehr Wohnraum für junge Menschen planen als Landesregierung und Frau Schuster, ja, das tun wir tatsächlich. Wir wollen bis 2022 2000 zusätzliche Wohneinheiten für Studierende und für Azubis in Schleswig-Holstein schaffen. Wir wollen, dass mehr Studentenwohnheime bei den Hochschulen gebaut werden. Und wir wollen übrigens auch für Azubis, das hat dann mittelbar was auch mit Wohnen zu tun, Tickets, ÖPNV-Tickets schaffen, die es leichter machen, sich auch zu bewegen im Land, auch zwischen Wohnort und Arbeitsort und Ausbildungsort fahren zu können, ohne immer so ein eigenes Auto haben zu müssen. Das wird im Mittelpunkt auch unsere Arbeit in den nächsten fünf Jahren stehen. Aber immer auch, wenn wir über Wohnraum reden, dass wir gemeinsam nachdenken über Wohnraum für alle in unserem Land. Wir erleben, gerade so im Hamburger Land, in den Städten, dass Mieten immer teurer werden. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir mindestens 5000 auch bezahlbare Wohnungen in den nächsten Jahren jedes Jahr schaffen. Dazu werden wir die Wohnungsbaugenossenschaften stärken, dazu werden wir die sozialen Wohnungsbau mit Zuschüssen und nicht nur mit Darlehen fördern. Und dazu werden wir, wenn der Markt es nicht leistet, uns auch überlegen müssen, ob wir als öffentliche Hand noch stärker in den Wohnungsbau eintreten. Denn ich will nicht in einem Land leben, in dem sich Wohnen nicht mehr leisten kann und Wohnen zum Luxus wird. Das wird wahrscheinlich eine der zentralen Aufgaben des nächsten Jahrzehnts sein. Wir wissen, dass wir bis 2030 100.000 Wohnungen brauchen in Schleswig-Holstein und ganz sicherlich nicht 100.000 Wohnungen nur für eine Klasse von Menschen, die mit ganz vollen Portemonnaies rumlaufen. Also wer das will, das sollte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wählen. Wir kümmern uns darum.